Das selbsthaftende Vlies EFC 2565 ist ideal, um die Laufwege vom Eingangsbereich, Haustüre bis zu der Baustelle bzw. dem Renovierungsvorhaben zu schützen. Wir produzieren das Vlies hierfür extra in der Breite 65 cm x 25 Laufmeter. So spart man Material und Kosten. Das Vlies haftet auf allen Untergründen wie Fliesen, Teppichböden oder Holz und ist ohne Rückstände bis maximal vier Wochen wieder abziehbar. Speziell für Treppen geeignet, haftet ohne zusätzliche Fixierung. Sie werden staunen. Die Folienseite gehört nach oben und ist wasserdicht. Somit können Sie das Vlies auch abkehren, absaugen und abwischen und die Farbe Weiß signalisiert zusätzlich Sauberkeit. Dieselben Eigenschaften hat auch das Abdeckvlies EFC 50100. Es wird in der Breite 1,0 m x 50 m produziert und ist für die schnelle, problemlose Flächenabdeckung geeignet. Einfach auf den zu schützenden Untergrund ausrollen und fertig. Beim Ausrollen am besten 5 cm überlappend verlegen. Sehr zäh und widerstandsfähig und schützt so perfekt.